Ja, guten Abend, hier ist wieder der Barney von Bears Gaming, euer Erklärbär für heute. Und zwar will ich euch erklären, um was es jetzt bei diesem neuen Format namens Rätselknacker-Tool denn überhaupt geht. Ja, Rätselknacker-Tool, ganz einfach und ganz simpel. Wir spielen Spiele wie zum Beispiel das folgende, Goof Troop. So, bei Goof Troop löst man Rätsel. Wir haben die Rätsel bereits gelöst, aber wenn ihr das Spiel jetzt nachspielt und ihr kommt meinetwegen in Level 4 bei irgendeinem Rätsel nicht weiter, dann müsst ihr da nicht ewig lang in unserem Let's Play suchen, wo wir denn das Rätsel da gelöst haben, sondern ihr klickt auf das Rätselknacker-Tool. Dort sind alle Rätsel drin, die wir in diesem gesamten Let's Play meistern mussten. Und per Timestamp könnt ihr hier unten in der Beschreibung dann einfach immer genau anwählen, ah, hier Level 4, äh, bla bla bla. Draufdrücken, anschauen, selber machen, weiterkommen. So ist der Plan. Ich hoffe, euch hilft das und ich denke, es ist eine ganz gute Möglichkeit, einfach schneller an euer Ziel zu kommen im Spiel, wenn ihr mal wirklich nicht weiter wisst. Natürlich seid ihr herzlich eingeladen, auch unser Let's Play komplett anzuschauen. Deswegen klickt einfach bei der Endcard auf Weiter, beziehungsweise auf das Let's Play, was wir dort für euch verlinken. Und, ja, haut rein, macht's gut, habt viel Spaß mit dem Rätselknacker-Tool, das bei allen Rätselspielen jetzt auch folgen wird. Bis dahin, macht's gut, euer Barneydie44. Ciao. Ich weiß es, glaube ich auch. Ne, ich glaube, der war kacke schon. Nö. Ich weiß es. Warte, mach nichts. Mach nichts. Du brauchst nämlich den Stein, um den da reinzukriegen. Ja, ja, das ist schon richtig. So. Und der Rest erklärt sich von alleine. So. Nachher wird das irgendwie geil. Ich kann mich nur erinnern, da gibt's nachher so, äh... Den, den muss ich nur runter, genau. Und die anderen sind selbst erklärt. Ich sag, der muss hier runter, der muss hier... Nein, 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 nein! Ne, der muss einfach nur nach oben. Der muss von nur und dann nach oben. Der nur hoch. Dreh doch mal gegen den Stein jetzt. Genau. Das ist mega simpel einfach. Simpel einfach. Und die schießen nämlich jetzt auch noch mit Feuerbällchen, so lange, bis wir sie ausschießen. Ey, pass mal auf. Ich glaube, der muss nach links, ja. Und dann hier hoch. Und dann hoch. Dann ist auf jeden Fall der mal aus der Korrege. Pass auf da. So. Warte mal. Ja, genau. Schieß den rechten hoch. Den rechten hoch. Er muss hier auf jeden Fall mal so hin. Und dann kann man nämlich den hier her. Aha. Und jetzt kann man die zwei einfach hoch. Und den einfach da rüber. Und den muss man jetzt hier durch manövrieren. Den kann man auf jeden Fall gleich mal hier rüberkicken. Das muss auf jeden Fall schnell gehen, bevor die... Und der da muss runter. Na, jetzt. Und du? Muss der nach rechts hier. Der muss nach rechts. Oh, ne. Ich, äh, warte mal. Von denen muss man am besten nicht... Ich lenke die einfach mal beide ab jetzt, weil ich bin ja der Flinkere von uns beiden. Ja, jetzt schieß den da rüber. Genau. Und runter und rüber. Nee, hoch einfach. Da. Nein. Okay. Du da, dann nicht da. Das war ja jetzt. Ja, auch zu schön gewesen. Okay, dann jetzt unten links. Dann oben links und unten rechts, meine ich. Okay. Schaffe ich noch. Hoch. Rüber. Und wieder hoch. Und rum. Und hier. Warte, warte. Der muss hoch und nach links. Der muss hoch. Und der muss nämlich jetzt hier rüber. Und der muss dann quasi logischerweise dahin und dahin. Und jetzt... Und jetzt ist die Türe nämlich erst auf. Genau, so war das. Jetzt sind aber hier gleich wieder unsere zwei Pappenheimer. Wir müssen auf jeden Fall... Pass mal auf. Wir müssen mit dem Team arbeiten. Der muss auf jeden Fall mal hier hoch. Ich nehme mir einfach mal die Kerze. Okay, dann mache ich mit. Jetzt pass auf. Wir müssen es schnell machen. Dann musst du mir erklären was, weil ich bin noch nicht ganz durchgestiegen. Weil die explodieren, ja. Der links oben muss gegen die Mauern. Aber noch nicht jetzt. Okay. Weil der explodiert ziemlich schnell, weil er schon gelb ist. Du sagst mir einfach, weil ich treten muss. Ja. So, ich lege mal los. Jetzt darfst du treten. Und jetzt rüber treten. Rüber treten. Und jetzt aus dem Weg gehen. Und warten. Und dann ist der Weg frei. Jetzt müssen wir nur motorisch fein genug vorgehen, dass nicht einer beide Leben abstaubt. Oder gibt es dann alle? Nein, nein, sind alle. Also er muss hier rüber. Ja, dann der runter. Er muss runter. Dann rein. Und hier rein. Und der hoch. Der muss hoch. Nicht reinlaufen, weil sonst ist der Stein pfutsch. Und ich vermutlich mit. So. Ne, du siehst da nur aus, als hättest du ein Fass gegen den Kopf gekriegt. So. Was war jetzt mit ihm hier oben? Pass mal auf. Jetzt machen wir erstmal den Stein. Hier. So. So. Und so. Und er muss jetzt gerade nach oben. Der müsste jetzt einfach nur da hoch. Dann rechts. Dann runter. Jetzt wieder rechts. Warten mal. Ja. Und jetzt wieder nach oben. Und dann da rein. Ziemlich schnell aber. Das heißt, wir müssen uns gleich richtig positionieren. Du kickst ihn jetzt wohin nach unten? Ich kick ihn nach links. Du kickst ihn runter. So. Und ich kick ihn dann wieder runter. Und du kickst ihn dann wieder runter. Und jetzt musst du. Ich muss Gas geben. Und. Na, ist noch Zeit. Und jetzt muss er hier rüber. Machen. Runter. Ach so, scheiße. Das ist richtig. Ach nein. Wir hätten erst den. Das geht aber nicht. Moment. Wir müssen. Ich nicht. Mach das mal so. Ah, ja. Nach links. Nach oben. So. Jetzt den nach oben. Und den hier einfach. Ach so. Jetzt kann er ja weg. Jetzt kann er ja weg. Jetzt kann er runter. Runter, rechts. Und dann wieder nach oben. Du hättest ihn jetzt auch runter. Ach so. Ja, sorry. Ja. Und jetzt müsste der Wasserfall aus sein. Das klang, als würde eine Türe aufgehen. Aber natürlich. Wasserfälle sind nämlich ausschaltbar. Mit. So. Jetzt. Und jetzt beide hoch. Genau. Und jetzt den anderen. Von außen jeweils. Du kannst den linken ja schon mal. Zuerst das rechte. Fertig. Jetzt musst du. Ja. Und jetzt zu mir rüber. So. Warte, 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 warte. Ja, ja. Geh zur Seite. Und jetzt schieß den gleich rüber. Schieß den rüber. Ach so. Direkt. So. Schieß den hoch. Jetzt den auch hoch. Was passiert, wenn man den ist? Ah, es geht. Jawoll. Jetzt nah links, nach oben. Machst du das? Du bist schneller. Ja. Hat sich der Realschulabschluss noch bezahlt gemacht. Ich glaube, ich habe es. Ich glaube, ich habe es. Dann lass mal hören. Ich glaube so. Den da runter. Und dann den da dran. Nein. Warte, 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 warte. Erst den da runter. Ja, ja, ja. Genau. Jetzt pass auf. Der muss erst da rüber. Jetzt kann der da rüber. So war es. Okay, okay, okay. Wie gesagt, so weit war ich. Ich weiss, ich weiß nicht. Vielen Dank.